Und weiter geht's, Step 5 auf Step 6 dupliziert und wir gehen wieder in unseren letzten Stand rein. Ja, und jetzt müssen wir mal ein ernstes Gespräch führen, denn so einfach ist es dann nicht mit der Malerei im Storyboard, gerade was das Positionieren von Elementen anbelangt. Und um das Ganze zu verdeutlichen, gehen wir mal absichtlich her und nehmen uns in der Ansicht hier unten so ein kleines iPhone. Ja, das ist das iPhone 4S. Und jetzt wollen wir mal diesen orangen Heinzelmann hier über Dreck und Drop versuchen in die Mitte zu legen, also in die Mitte vom Bildschirm. Und das passiert dann auch. Ihr habt kurz diese blauen Hilfslinien gesehen. Und dann liegt's also wunderbar in der Mitte. Wenn ich das Ganze jetzt auf einem iPhone 4S ausführe, dann ist auch unser Kästchen mit Sicherheit zentriert in der Mitte. Aber schon auf anderen Geräten mit einem größeren Bildschirm wird das vermutlich nicht mehr so sein. Und jetzt ist natürlich die Frage überhaupt, ja muss ich denn das jetzt hier auf allen Simulatoren der Welt ausprobieren und sind wir dann morgen noch dran? Oder gibt's da auch noch einen anderen Weg? Jo, da gibt's einen anderen Weg und der ist super sexy. Okay, denn neben unserem Editor-Bereich oder Hauptbereich, den wir hier haben und den Navigatoren und den Assistenten, hat's hier oben ja in Xcode eine fantastische Toolbar. Da haben wir noch gar nichts zu gesagt. Hier lässt sich nämlich zum Beispiel der Navigator-Bereich oder der Tools-Bereich einfach ein- und ausschalten. Übrigens auch da unten unsere Konsole, ein- und aus. Da haben wir uns noch gar nicht so mit beschäftigt, kommt aber auch noch. Aber neben diesen Elementen gibt es hier auch einen sogenannten Assistant Editor. Und der Assistant Editor ist ziemlich cool. Wenn nämlich hier drüben ein Storyboard gezeigt wird und wir einen View-Controller haben, dann können wir in unserem Assistant Editor hier, indem wir hier klicken, wo jetzt Automatik steht, auch auf ein Preview gehen und sehen jetzt quasi, wie die App auf dem iPhone 4S aussehen würde. Wir könnten das Ding auch mal querlegen. Aha, das sieht dann schon nicht mehr so gut aus. Also Center ist das. Entschuldigung, nicht mehr. Wir können auch sagen, wie sieht es denn aus, wenn das so auf einem iPhone oder auf dem iPad noch, iPad Pro 9,7 Zoll Fullscreen. Wie sieht es denn da aus? Ui, 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 ui. Also zentriert ist dieses Kästchen auf einem iPad mit Sicherheit nicht. Und genau das ist also das Problem. Ja, ich nehme auch mal den Assistant Editor hier wieder weg, indem wir auf den normalen Editor gehen. Genau so einfach geht es also nicht. Denn wenn ich hier ohne Sinn und Verstand einfach nur Views auf meinem Storyboard platziere und denen eine Breite und eine Höhe meinetwegen gebe, aber auch eine X- und eine Y-Position, dann wird eben genau diese X- und Y-Position auf allen Geräten auch beibehalten. Und das führt eben nun mal dazu, wenn X110 und Y190 ist, dass das Ganze auf einem iPad-Schirm eben so aussieht. Da ist eben hier X110 und Y190 und eben nicht irgendwo hier in der Mitte etwas Zentriertes. Also, es geht darum, dass wir ein System brauchen, um Elemente logisch zu platzieren und nicht unbedingt pixelmäßig. Ja, vom Code her hätten wir natürlich eine Möglichkeit, dass ich hier prüfen könnte, ja, bin ich ein iPhone 5S, dann ist X eben das und Y das. Bin ich ein iPad und so weiter. Aber Leute, das ist nicht zeitgemäß, wenn man so programmieren würde, um selber noch seine Koordinaten zu ermitteln. Es gibt dafür natürlich eine saubere Lösung und das sind die sogenannten Auto-Layout-Constraints. Und damit das Video kurz und appetitlich bleibt, werden wir uns mit diesen Auto-Layout-Constraints im nächsten Video beschäftigen. Bis gleich!